recht herzlich willkommen zur 162 folge von simo trans ja letztes mal bei döbeln hier gemacht haben wir dann die stadt auch mit der muss linien 2 geteilt damit sind wir fertig gewesen jetzt denke ich mal gehen wir weiter in die nächste stadt und gucken was da ist das müsste ja sonderhausen sein und das war hier und sonderhausen ich weiß gar nicht ob sonderhausen überhaupt genug buchhalte stellen schon hat er ob es falsche taste zwei vier sechs sieben acht mehr geht aber sonderhausen hat nur einen stadtbus da sind wir noch nicht so weit oder ja gut das war riedenburg das ist sonderhausen da fahren auch ein paar busse mehr da können wir auch gleich schon sagen du nicht laden du ausmustern so der andere hat schon dann werden wir jetzt hier ist keine postkisten oder wie sehe ich dass die fehlen hier komplett haben wir keine post oder doch doch dann auch post fahren müssen wir mal gucken was wir da gemacht haben mit der post hier ist ja post oder schauen wir dann mal jetzt müssen wir das machen neuer linie und dann machen wir den umschlagplatz der ist hier oben und da und natürlich auch jeder machen wir die vier hier zusammen und die vier da oben obwohl das bringt auch nix dann diese vier und diese vier ja fahren hier los an dein fahren zurück an dein fahren zurück an dein das ist gut so können wir schließen können wir um nennen stadt bus sonderhausen süd passt und dann stadt bus sonderhausen nord machen wir nicht laden und der kommt dann auf die andere linie und hier müssen wir die linie ändern und dann machen wir dorat sonderhausen rosenweg als standard mittelübwegs radhaus können wir löschen thomas das ist allison straße kann weg asimo wo ist asimo sonderhausen als standard mittelübwegs radhaus weg und hier straße ist auch zu löschen asimo weg allison weg mittelgebirgs radhaus weg so gold straße brauchen wir machen aber einfügen den rosenweg zum gold straße und dann wieder einfügen rosensteig dann wieder untere ländler das ist hier machen wir die beiden schon dann hier dann haben wir den noch ein dann haben wir waldmannsdorfer ist hier dann rosenweg rosenweg gold rosenweg untere ländler rosenweg waldmannstraße fertig das heißt ab da wieder löschen würde ich jetzt mal sagen weg 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 nochmal weg und der letzte auch weg so weit man straße ist da weitmannsdorfer so fast so der kann jetzt umgeswitcht werden auf die andere linie ok fährt jetzt süd darf auch wieder laden können wir gerade noch offen lassen der fährt sonderhausen nord dann an das müssen wir aber hier noch namentlich ändern fertig so da haben wir das zwei geteilt jetzt sind wir dann noch die frage wo fährt denn hier die post fluto waldeck sonderhausen post waldeck post lauter da gibt es hier post wo ist post sonderhausen hier ist es ok ja das heißt wir machen das mit sonderhausen anders fährt halt sonderhausen hier straße an fluto sonderhausen weitmannsstraße warte mal da müssen wir das anders machen auf diesen linien müssen post autos drauf und der der da durch fährt linie ändern untere länder löschen untere waldmannsstraße löschen goldstraße löschen nur der rosenweg muss bleiben das kann auch weg asimo kann weg hier bleibt mittelgebirgsrathaus kann weg vierstraße kann weg asimo kann weg goldregen kann weg das ist ja nur das oder hirschweg und hafen die linie heißt aber lauter sonderhausen floto floto sonderhausen haben wir dann floto dann müssen wir da einfügen machen und machen den da rein und hirschweg und dann müssen wir noch die post da hinten weg holen oder die frage von wo war die da weg holen da haben wir schon zwei linien ich glaube da ist der umschlagsplatz hier und der andere umschlagsplatz ja wo ist der gute frage ich glaube hier machen wir mal einfach so und ja ist erledigt ne den können wir so lassen und äh ausmustern und den würde ich auch ausmustern und die drei lassen wir fahren und das kann erst weg jetzt brauchen wir dann oben bei floto war das depot ne wo ist das depot da und da brauchen wir einen postwagen postbully auf sonderhausen stadtbus sonderhausen nord und süd dort starten und der zweite ist im hausen süd na super ist im hausen süd starten so passt die großen wagen fahren dann die kleinen haltestelle an das ist dann schon okay denke ich da ist einer drauf und da ist einer drauf ja die hacke wir jetzt so lassen gut die fahren da jetzt schön hin und her falsche taste sozusagen oder falschen button hier erwischt so die sind unterwegs und fahren da lang hier auf sonderhausen ne haben wir das erst so alles abgedeckt so dann haben wir hier lauter aber lauter war schon zweigeteilt meine ich ne da können wir ja mal gerade reingucken lauter ost lauter west aber wahrscheinlich ja das ist noch anders aufgeteilt das müssen wir doch noch ändern ja linie als solches ist schon gut aber das ist lauter ost also müssen wir weiter nach hier lauter ost mittelgebirgs rathaus ist da ah ne das müssen wir anders machen die wir ändern müssen wir so da müssen wir einfügen machen weil das ist hier der haupt umschlagsplatz ja dann fahren wir zur moosgasse auch wieder einfügen und helmgasse fügen wir auch ein und hausgasse können wir raus löschen haben wir ja schon da oben dann schon mal auch das mittelgebirgs rathaus raus löschen wir mal salzburger straße ne salzburger straße ist da da machen wir noch nicht aber aber den kindergarten können wir raus löschen dann ist das schon jetzt richtig getimt und dann brauchen wir lauter west und da fahren auch keine postbullys sehe ich gerade die müssen wir dann auch noch drauf machen aber lauter hat seine eigenen postbullys da müssen wir gleich mal gucken glaube ich glaube das ist lauter west ändern wir muss ein bisschen mehr rüber sehe ich gerade wo ich glaube lauter ost ist viel größer kann das sein dann nehmen wir noch was rein dann lass uns mal lauter ost nochmal nehmen die linie ändern das sind nur vier haltestellen das passt also nicht und den hier machen wir mal auf nicht laden weil der muss da nicht fahren jetzt müssen wir nur gerade gucken dass wir das noch erweitern das ist falsch das ist richtig so hinzufügen haben wir gemacht dann müssen wir nochmal den kindergarten haben fahren wir hier hin dann müssen wir nochmal den kindergarten haben und ist das richtig ja auch noch hier hin dann ist das fertig und der bus muss ja noch ausgemustert werden und dann muss da noch ein postbullys drauf so und dann haben wir noch eine weitere linie das war die west Sonnenwennstraße also warte wo ist hier der umschlagplatz da ne oder äh gibt's hier keinen doch da ist der bahnhof ok Sonnenwendgasse passt also haben wir fährt dann zum wo ist denn das Bergsonnen die haben wir rauszunehmen dann weil die haben wir woanders rein gemacht dann machen wir einfügen wieder hier hin fahren das war jetzt nicht so dolle machen wir löschen das mal weg asimo weg ist wo da ist auch verkehrt waschen wir auch raus so fährt das zum schloss ja das ist richtig dann machen wir hier einfügen den da hin schloss kann weg asimo gasse kann weg sonnenwendgasse das ist wieder zurück dann die transport ländler ist da passt da haben wir die drei dann kommt das eingefügt nochmal hier hin dann fahren wir zum platinweg und da kommt nochmal eingefügt auch nochmal der hin und dann fahren wir zum kugelweg passt läuft da ist ein postboli drauf aber da nicht dann müssen wir da noch ein postboli draufstecken auf die weststraße äh der ist leer kann also entfernt werden erledigt äh lauter west müssen wir jetzt den Bulli noch drauf machen das war hier das war da und lauter stadtbus lauter west und starten jetzt müssen wir gerade gucken ob wir da nicht einen postbus haben oder sowas post lauter hier ist es so das bedeutet nicht laden wir können das ja auch so machen ausmustern 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 kann weg kann weg die sind dann auch weg und dann haben wir lauter so noch ein foto haben wir noch post waldeck gut dann müssen wir noch weiter arbeiten aber das machen wir nicht mehr in dieser folge das machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid habt ihr noch nicht abonniert dann macht das gefällt euch die folge dann gibt ein like und falls ihr informiert werden wollt macht die glocke an damit ihr mitkriegt wann eine neue folge da ist jo und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann